Da ist halt dann so unsere Aufgabe, auch so diese beiden Bereiche zusammenzubringen, also das Wissen von den Fachbereichen halt abzuholen, abzufrühstücken und das eben so umzubauen, dass man damit auch eine Software erzeugen kann, die entsprechend performant auch ist. Also das konkrete Problem war da auch ein bisschen die Performance. Da halt das Wissen reinzubringen, wie man solche Sachen aufbaut von den Datenstrukturen, von den Modellen her, dass da halt eben eine Individualsoftware daraus entsteht, die dann auch zu den täglichen Anforderungen genügt und performant läuft. Das Stichwort Performance-Optimierung, man könnte das auch so als Überschrift oder Teilüberschrift zumindest nehmen für dieses Projekt oder für diesen Auftrag, den du da generieren durftest. Können Sie mal vielleicht mal ein bisschen mehr ins Detail gehen? Was für Code hast du da vorher gefunden? Letztendlich war das eher so ein Fleckenteppich oder so mal in Anführungsstrichen überflüssiger Code. Konntest du da eingehen, was analysieren, dass es sich lohnt, dort mal ein bisschen Investment zu betreiben, um dort entsprechende Code-Bereinigung, was ja in sehr vielen Fällen der Fall ist. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Und einfach mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Was hast du da vorgefunden? Wo hast du da, sagen wir mal, einen Hebel feststellen können? Und wie hoch, deiner Meinung nach oder deiner Einschätzung nach, nach diesem ersten zweitägigen Workshop, könnte dieser Hebel ausfallen? Also sagen wir mal, Faktor 7, Faktor 4 oder Faktor 2. Also wenn man sagt, okay, man könnte den Code auf 10% reduzieren und er würde trotzdem noch das Gleiche machen, nur neunmal schneller oder so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also wie gesagt, das ist ein konkreter Use Case. Also gerade solche Performance-Geschichten, das ist immer hochgradig individuell. Also da gibt es auch leider kein Patentrezept. Jetzt in dem konkreten Fall, der Code in sich war an sich auch ganz, ganz gut strukturiert. Also ich habe mich da sehr schnell drin zurechtgefunden. Die haben das schon in dem Sinne ordentlich gemacht. War in der Skriptsprache geschrieben, also gängige Skriptsprache, das hat schon gepasst. JavaScript war es. Also das hat in sich eigentlich schon gepasst. Wie gesagt, das, was ich vorhin meinte, man lernt als Informatiker so gewisse Möglichkeiten, was aufzubauen und da wäre jetzt mein Vorschlag gewesen, dass man da mal halt versucht, das Ganze auch so ein bisschen grafenorientierter zu machen. Also dann auch wirklich so ein bisschen die mathematischen Konstrukte drunter mal anzuwenden, weil dadurch sich das Ganze eher so einer allgemeineren mathematischen Optimierung halt zugänglich ist. Also wenn ich da halt, wenn ich das in einem bestimmten Formalismus eben formuliere, die Sachen, um die es da geht, kann das dann nicht zu spezifisch sein. Aber wenn ich diese Sachen eben in einem gewissen Formalismus definiere, dann habe ich da auch mehr Möglichkeiten innerhalb von diesem Formalismus dann mathematische Optimierungen anzuwenden. Und das hat man eben in dem Code, so wie er jetzt ist, über die Jahre gewachsen. Also das, wie gesagt, die haben das jetzt nicht ganz schlecht gemacht. Aber das ist ja auch der Punkt, die Leute sind ja nicht mal schlecht. Also das ist ja nicht mal so, dass man da irgendwie in einer IT-Abteilung ist, die jetzt da das nicht kann oder so. Also das sind halt, sie haben halt bestimmte Sichtweise, sie haben halt den ingenieursmäßigen Ansatz und sie haben halt oft auch das Problem, dass sie mit sehr gewachsenem Code zu kämpfen haben. Und da hat man dann oft durchaus ein Potenzial, das einzudampfen. Wie viel das jetzt irgendwie am Ende ausmachen kann, ist eben auch schwer abzuschätzen. Mein Ziel wäre schon 50 Prozent rauszuholen. Müsste auch mit ein paar Kniffen halt möglich sein. Aber das ist, wie gesagt, immer von Fall zu Fall abhängig. Und jetzt in dem Fall, ja, wäre es so eine Zielmarke, wo ich sage, dann haben wir schon echt was geschafft. Ein ganz wesentlicher Punkt ist bei solchen Sachen, wenn die Performance schlecht ist, dass man halt darauf achtet, möglichst diese linearen Abhängigkeiten nicht zu haben. Also sprich, wenn der Nutzer sich zehn Objekte in den Warenkorb packt, dann darf der Warenkorb deswegen nicht zehnmal so langsam sein, sondern der muss im Endeffekt genauso schnell sein, wie wenn ich ein Objekt im Warenkorb habe. Mal so als Vergleich. Und das ist so eine Sache, da kann man da in dem Fall, glaube ich, durchaus ansetzen, eben diese Linearität aufzubrechen, sondern da in einen konstanten Faktor reinzukommen. Und dann, ja, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Und dann, ja, dann, ja. Ja, dann. Bis zum nächsten Mal.